hallo und willkommen zu diesem video also leute danke für 2500 abonnenten das wird mein special feuerwerk und lasst euch einfach mal überraschen was es jetzt alles so geben wird hier habe ich eine colorflame von weko schön blau und da werde ich einige leuchtartikel zünden und bei tageslicht noch einige andere artikel aus vier verschiedenen kategorien gibt es jetzt feuerwerk so weko gold und silber das war der goldene und jetzt kommt der silberne sind immer wieder richtig gut na ok jetzt habe ich hier noch richtig schöne leuchttaler da ist mir doch ein missgeschick passiert da ist mir ein großes missgeschick passiert ich wollte nämlich hier noch die leuchttaler anzünden und habe versehentlich das grüne bengalfeuer nico angezündet naja gut kann passieren ich habe das papier versehentlich abfackeln wollen ok da war ein teil davon nicht drauf da habe ich mir selber zu viel zugetraut gut wir sehen uns dann bei tageslicht wieder so leute wir haben es kurz vor 13 uhr dann geht es mal weiter hier mit so einer schönen großen alten wunderkerze so und dann geht es gleich mal voran jetzt hier mit einem crazy chicken super sehr lange brenn dauer diesmal das ei ist nicht geplatzt es geht wieder langsam zurück und jetzt zünde ich gleich mal man kann sie heute nicht in den boden stecken ein paar luftpfeifen jawoll das ei hält sich immer noch etwas dann geht es gleich mal weiter mit einem happy wonder wenn wir schon mal dabei sind mit pfeifen und chocaleno habe ich das auch noch gleich aua das ist wirklich krass okay das pfeifen von happy wonder ist richtig krass hier auch und das kreckling war noch heftiger okay also das hält sich diesmal gut so und dann geht es weiter so 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 sieht das Happy Honda von innen aus, komisch, das ist immer noch da, jetzt habe ich einen Verbund mit Tape Match von zwölf Meteoriten, der Rest ist in der Verlosung übrigens, ihr könnt noch mitmachen, morgen ist die Auslösung, los geht's, mega heftig Und jetzt habe ich noch was von T1, eine Rauchwackel-Propor von Blackbox Die geht einfach richtig gut ab Jetzt hat sich das Elbisschen zusammengezogen hier wieder im Rauch Richtig toll Eine Wolke zieht hier lang Richtung Sonne Eine violette Wolke bewegt sich durch den Wald Krass Und zum Schluss gibt es noch ein paar Schallerzeuger, zuerst mal hier den Funke Superboiler 1 und dann 2 Jawohl So und damit verabschiede ich mich von dem Video und tschüss bis zum nächsten Mal Der blieb ganz Okay Ciao und danke nochmal an 2500 Abonnenten Das ist ein paar Schallerzeuger, zuerst mal hier Das ist ein paar Schallerzeuger, zuerst mal hier